Yo Leute, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Gangbeast mit Izzy, das ist Izzy, wuhu! Und mit Lars! Ich halte mich, ich halte mich, ich halte mich! Oha! Alter, ich hab gesehen, wie wir geflogen sind. Ja, wir sind wie so richtige Kunstflieger, ne? So richtig crazy, so im Kreis und so. Aber ich find's voll, voll, voll krass, dass Izzy jetzt so schnell dazugelernt hat. Inzwischen gewinnt die die Runden richtig, ne? Also nicht mehr so wie damals, einfach nur verstecken. Oh mein Gott, hört ihr das? Das ist ein Geist, oder? Hier ist irgendwo ein Geist. Lars, check das mal aus, ob das ein Geist ist. Ich hab auch ein Geist gehört. Oh mein Gott, Lars. Oh, kann man auf den Zug springen? Ich glaub, ich will auf den Zug springen. Nein, bitte nicht, Mann, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Lars, du musst da wieder runter, es tut mir leid. Lars, du musst da wieder runter. Nein, du musst da runter, Lars. Es gibt keine andere Wahl. Du musst da unten bleiben. Und Izzy, du musst zu ihm. Hilfe! Geh, geh nicht. Da ist mich in Ruhe! Izzy, du darfst nicht. Izzy, du musst, du musst da hoch. Oh nein, pass auf. Alter, ich hab schon wieder Geist gehört. Oh mein Gott. Oh, das war knapp, Alter. So, ich muss der Izzy jetzt mal kurz. Zack. Oh. Oh mein Gott. Selber hoch. Oh nein! Jetzt hätten Zug kommen müssen. Okay, Izzy. Du musst jetzt zum Zug. Oh mein Gott. Geh selber zum Zug. Ich seh nichts mehr, bei mir ist der Pfahl. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da war er gerade. Ich seh. Okay. Oh nein. Und der mit dir. Oh mein Gott, hast du den Twist gerade gesehen? Izzy, Izzy. Izzy, du musst jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Es wird Zeit zu gehen. Ey, wieder hoch. Nein. Tut mir leid, Izzy. Oh mir die Arschkäse. Nein. Ich bleib nicht da. Du musst da bleiben, Izzy. Es gibt keinen anderen Weg, Izzy. Du musst dort bleiben. Ich schaff's noch. Es tut mir leid, aber du musst gehen. Oh mein Gott, hast du da festgehalten. Alter. Izzy, ich bin mit dir gegangen, aber nur, dass ich auf der Map geblieben bin. Versteht sich. Ich bin nochmal weg. Tschüssi. Ich hab das Gefühl, dass ihr ein bisschen Hass auf mich schiebt, deswegen werde ich hier einfach mal meine Runden drehen. Oh, das gibt Ärger. Bisschen joggen. Oh nein, Lars. Ich hab dich erschrocken einfach. Bitte, Lars, lass mich in Ruhe. Lass mich los, Lars. Jetzt ist hier Schluss für heute. Bitte, Sie Obdachloser. Bitte, lassen Sie mich los. Jetzt das Gleiche, was meine Eltern immer mit mir gemacht haben. Handy auf den Tisch und ab ins Bett mit dir. Hände auf den Tisch. Okay. Ich muss jetzt mir hier irgendwas ausdenken. Izzy? Ja? Du gehst jetzt nach da hinten. Nein, ganz sicher nicht. Du kommst hier mit. Nein, Izzy. Das war's mit dir. Ja! Nein! Hey, na Leute, ich bin hier ein bisschen am chillen. Ja, der Lars. Bin hier ein bisschen am chillen, oder? Oh, ich hasse diese Karte. Oh, ich liebe sie. Ich gehe jetzt dorthin, wo die ganzen Landratten wie ich hingehören. So auf diese Boje hier. In meinem Käfig. Niemand wird mich aus meinem Käfig hier rausbekommen. Als ob man da rein kann. Natürlich. Und ich bin hier relativ sicher eigentlich. Und ich werde sterben. Oh nein. Izzy, komm doch. Der Penner stirbt wieder. Izzy, es tut mir leid. Aber ich muss gehen. Das ist meine Boje. Ich gehe ins Gefängnis. Ich gehe nur für dich ins Gefängnis, Izzy. Okay, Roman. Ich mache hier immer so. Oh nein! Ja! Izzy, Izzy ist der König in dieser Karte. In diesem Level habe ich, glaube ich, noch nie verloren, oder? Ich verstehe nicht, warum Izzy hier... Weißt du, Lars, hast du auch das Gefühl, dass Izzy hier nicht ertrinken kann irgendwie? Der hat sowas wie... Izzy hackt. Ja, Izzy hackt, stimmt. Izzy hackt, Izzy hackt, Izzy hackt. Das stimmt nicht. Wir haben keinen eindeutigen Beweis dafür. Ich gehe jetzt einfach hier weg. Ich packe jetzt Izzy am Arsch und die muss da jetzt runter. Was? Hör auf damit. Und ich packe Izzy am Cape und dann esse ich das Cape. Ah, Lars! Das Ding ist jetzt Rache, Lars, ey! Oh mein Gott! Guck mal, Karussell, Karussell! Wuuu! Kleiner, Lars! Alter! Das mit dem Karussell war ja gerade ultra witzig. Ich habe euch wirklich wie in so einem Strudel einfach so gezogen. Das war schön. Ach, das war doch schön. Okay, Lars, jetzt gibt es Rache. An Roman. An Roman! Ich bin mal weg. Wir legen uns an Roman los! Es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber ich bin heute leider nicht mehr verfügbar. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Familie und Kinder. Ihr jagt mich die ganze Zeit. Das ist nicht fair. Komm da nicht hoch. Das geht nicht. Okay, ich habe jetzt Lars. Toll. Dann schmeiß mich runter. Komm, trau dich. Okay. Wenn du das machst, dann hasse ich dich. Und da komme ich ins Spiel. Guck mal, ich schwere mich nicht. Jetzt komme ich ins Spiel. Jetzt, jetzt. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver. Nein, niemand. Ihr werdet mich niemals bekommen. Nein, Izzy, du hebst mich noch. Izzy hat losgelassen. Izzy hat losgelassen. Ich chill hier nur so ein bisschen. Ich chill hier nur so ein bisschen. Ich hänge einfach so halb runter. Ja, mit einem Arm und guckst auch noch so in die Kamera. Okay, Izzy, warte, chill. Wir hören auf, wir hören auf. Wo ist Lars? Wir müssen weiter nach vorne. Wo ist Lars hin? Lars ist das Geheimnis. Lars ist in den Flughafen gegangen. Ich höre hier jemanden. Izzy, Izzy, geh weg. Du verrätst mein Versteck. Izzy, geh mal kurz weg. Oh mein Gott, Izzy, du hast... Was? Ich möchte wieder... Oh mein Gott, ich bin back in game. Wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, oh mein Gott. Izzy. Ich bin auch noch dran. Oh mein Gott. Izzy, Izzy, lass mich... Ich hab dich... Halt dich fest. Roman, nein. Izzy, nein. 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 What? Ey, Junge. Bist du am Chain? Digga, Lars hatte von Anfang an null Punkte und jetzt hat er auf einmal drei so. Und nur weil er die ganze Zeit chillt. Izzy, wir schmeißen ihn jetzt runter. Was er nicht tut, yeah. Lass ihn mal runterschmeißen. Lars, komm, wir gucken uns mal die Map an, oder? Von selbst. Ich hab dich... Digga, ich hab Lars an seiner Unterhose, ey. Warte, ich hab... Pass auf, Izzy. Izzy, hör zu. Ich lass ihn jetzt fallen und du nimmst ihn und dann schmeißt ich ihm ins Feuer, okay? Ich komm gleich hinterher. Drei, zwei, eins. Pass auf. Ich muss ihn erst ohnmächtig schlagen. Er will nicht aufhören. Aber wie schmeiß ich ihn? Ich bin am Chillen. Junge, wir sind am Spart. Ich hab ihn. Okay, okay, jetzt runter mit ihm. In die Lava, in die Lava. Nein, nein. Chillen. Ja, auf, in diesen Raum reinzugehen. Ja, geh weg. Lars, du kommst jetzt hier wieder raus. Komm raus, mein Fräulein. Okay. Und jetzt raus. Izzy, ich schmeiß ihn, genau. Okay. Ich lass auch los. Ich lass auch los. Okay. Und ich... Oh, nein. Was? Oh, mein Gott. Ich hab die Tür mitgenommen ins Feuer. Habt ihr das gesehen? Oh, mein Gott. Was für eine Runde. Warum hab ich gewonnen? Ich bin gleichzeitig mit euch runtergeflogen. Vielleicht war ich eine Millisekunde später oder so. Oh, nein. Dieser Fahrstuhl. Ey, warte. Lass mal versuchen, in den anderen Fahrstuhl reinzukommen. Nicht töten. Wir können da rüberspringen, glaube ich. Okay. Der erste, der rüben ist, hat gewonnen. Ich möchte rüber. Oh, nicht jetzt. Chill, 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 chill. Ich hab ne bessere Idee. Wartet. Jetzt spring. Spring, 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 spring. Oh, oh mein Gott. Wir sind drauf. Izzy. Nein. Izzy, wir haben euch reißen. Nein. Izzy, du musst wieder hochkommen. Ich bin tot. Okay, Lars, du springst jetzt auf den anderen. Komm. Warte, ich probier's. Ich hab dich. Lass, lass, lass. Nein, halt dich fest. Ich komm runter. Ich komm runter. Bisschen chill. Lars, ich hab dich. Warte. Ich schwinge uns wieder hoch. Nein. Nein. Was hast du gemacht? Bisschen chill. Bisschen chill, bro. Oh nein, Lars hat schon vier Punkte. Izzy, wir müssen aufpassen. Oh nein. Junge, ich mach gar nichts. Ich chill die ganze Zeit. Digga, Lars chillt wirklich die ganze Zeit. Du holst Lars, ich halt mich raus. Okay, Lars, komm her. Ich will mich an dem Ding festhalten. Ah. Wo bist du? Izzy? Ah, die Wurst hat mich erschlagen. Der, der, die Wand hoch. Izzy, du musst jetzt leider gehen. Ich gehe die Wand hoch. Wäre auch damit. Izzy, du musst jetzt. Oh, was? Oh, nein, 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 nein. Izzy, du komm jetzt mal bitte hoch. Oder runter. Oh, runter. So. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh nein, Izzy. Izzy, du darfst. Was ist denn mit dir? Ihr müsst einfach nur chillen. Izzy, ich chille hier gerade. Oh mein Gott. Ja. Oh nein. Okay. Oh nein. Wer hat vier Punkte? Hab ich vier Punkte? Auf dir einen anderen Laster. Fuck. Oh mein Gott. Niemals. Unentschieden? Holy Capoli. Was ist das denn gerade? Izzy, warum hast du dich festgehalten? Ich bin abgefahren. Ich war im Laster. Hast du dich am Reifen festgehalten? Ja. Oh mein Gott. Wie kannst du dich an einem drehenden Reifen festhalten? Als Huhn je das. Auf dieses Ding hier drauf. Okay. Ich bin unten. Warte. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Auf Wahl. Wir alle. Wir machen jetzt Synchronfliegen. Okay? Okay. Und zwar. Wir werden jetzt nämlich gleich, wenn dieser Ventilator kommt. Ich bin so betrunken. Heben wir alle die. Lars ist viel zu betrunken. Ich auch. Okay. Wenn jetzt der Propeller losgeht. Machen wir Synchronfliegen. Ich bin voll Hacke. Lars. Hände hoch. Lars. Du musst in den Kreis zu treiben. Okay. Lass mal den Lars kaputt schlagen. Der ist mir gerade ein bisschen zu betrunken. Lass Kreis drehen. Synchron im Kreis drehen. Ja. Oh. Lars. Oh. Oh. Was für eine schöne Dingslinie. Oh. Ah. Oh mein Gott. Lars hat nicht so richtig. Lars hat. Und das war es schon. Ich habe gewonnen. Ja. Wuhu. Okay, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.